Zehn Jahre Konzeptwerk, das sind für uns zehn gute Gründe zum Feiern, zum Innehalten und auf unsere Arbeit zu schauen. Wir schaffen Lernräume für transformative Bildung. Wir bieten Vorträge, Workshops und Seminare an, in denen wir sozial-ökologisches Wirtschaften und machtkritische Bildung direkt erfahrbar machen. Gemeinsam mit den Teilnehmenden begeben wir uns auf die Suche nach den Bausteinen für eine andere Wirtschaft. Wir hinterfragen gängige Annahmen und diskutieren, was ein gutes Leben für alle ausmacht. Außerdem entwickeln wir Bildungsmaterialien und bilden Multiplikatoren fort, um diese Themen für viele Menschen zugänglich zu machen. Hilfe uns weiterzumachen! Spende jetzt fürs Konzeptwerk oder noch besser, werde Förderin und unterstütze uns regelmäßig. Danke!